und damit meine lieben sag ich herzlich willkommen zu einer neuen folge von man ich hab ja gehofft dass ich noch das ding zusammenkriege wartet das ding und zwar das herzlich und zwar brauchen wir dafür 10.000 mineralien und leider hab ich jetzt noch nicht geschafft dass wieder zusammen zu kommen dann würde ich sagen würde ich sagen knabbern wir uns mal so ein bisschen schildkröten mäßig durch und zwar richtung stelle die rache vor repeat und kylie heraus na klar der hat mir die hand genommen macht dich bereit junge jetzt geht's mit schmackers jawohl 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 das muss ich aber wir brauchen mal ein bisschen da Ich bin ein Taucher hinunter, da. Ähm. Ich hab's noch etwas Wollfleisch. Ja, ja, ja. Jawoll. Mh. Der Kiel ist da noch in 3,000 Dollar. Der hat gesessen, es schmeckt euch Also eure eigene Beziehung Hehehe, du Schat Scaly Pete bleibt entschlossen Wo ist sie? Ich weiß nicht Ausgenommen, um nicht zu prügeln Kyle, nähr die Kanne über ihr aus Zum Teufel mit dir Die Bühne Bühne Ich bin nicht Was ist das, Junge? Das ist das, Junge! Kyle! Kyle! Death! Die Überbleibsel des Boots taumeln und sinken dann langsam in Richtung Meeresgrund. Der Hai ist nun im mittleren Alter und beginnt einen neuen Kampf gegen die systematische Altersdiskriminierung. Ältere ist hier! Jawoll! Wir sind nun größer, stärker und gefährlicher. Ja, ich würde sagen, wir bleiben noch ein bisschen hier, werden uns jetzt noch ein bisschen vergnügen mit den Menschen. Klingt irgendwie total brutal. Voll mein Ziel. So. Wieder einmal wird aus der stillen Schönsee ein Meer aus Blut. Genau. Wir hätten nämlich Ernst, Tyler, Dixon noch. Ähm. Wir sollten vielleicht uns mal zu Niedertracht Rang 5 hocharbeiten. Ähm. Ja. Als nächstes würde ich dann nach Prosperity gehen. Also hier rüber. Dann müssen wir nur von hier einmal kurz in dieses, in den Golf schwimmen. Also von hier in den Golf rüber und dann sind wir schon da. So, ne. Wir müssen halt nur mal kurz durch den Golf das Stückchen da schwimmen und dann schwimmen wir rüber nach Prosperity Sand. Aber ich würde sagen, ähm, ich möchte ja dann wieder eine neue Folge beginnen. Aber das dann sonst zu gut ist. Für sieben Minuten. Würde ich sagen, wir genießen das noch ein bisschen hier. Bleiben noch ein bisschen hier. Und knabbern ein paar Menschen rum. Und holen uns den Rang 5. Oh, mein Gott. 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 Auch wenn unser bunte Haiweibchen ahnungslos ist, zieht sich die Schlinge um seinen Hals zu. Und dank dafür gebürt dem Profi Team auch Pfeiljägern. Vergesst gerade, ich habe das falsche Gebiss dran, ne? Muss noch mal kurz. Muss noch mal kurz. Scheibenkleister. Wieso sagt mir das denn keiner? Wir haben das Gebiss vergessen. Scheibenkleister. Nur hier in der Grotte kann das Haiweibchen die absolute Ausgeglichenheit tief in seiner Seele erfahren. Genau, weil das brauchen wir. Aber ich glaube nicht, dass wir es noch schaffen. Eine weitere Haifischjagd neigt sich dem Ende zu. Alter, Stufe 26. Das ging jetzt schnell. Dann müssen wir da halt nochmal hinschwimmen, nochmal ein paar Menschen fressen, ne? Ich muss noch ein bisschen provozieren, nochmal. Na, die Strandgänger lassen wir mal lieber noch zufrieden. Also, mal ne Frage so nebenbei am Randweg. Wie würdet ihr eigentlich sein, wenn neben euch plötzlich ein Hai schwimmen würde? Also, ihr würdet natürlich auch kanisch rein sein, ne? Aber... Schreien wird, glaube ich, nicht dringen. Also, ich selber wüsste auch nicht, was ich machen sollte. Weil ich bin jetzt eh nicht so der Meer-Fan. Also, so schwimmen gehen und so ist ja... Im Meer ist ja so, wie sie überhaupt nichts meint. Also, ich bevorzuse dann lieber die Badewanne und gehe da schwimmen. Äh, so Strand und Meer, da kann man mich einfach nicht begeistern. Ich bräuchte dann immer auf Spiegel und so. Ähm, ich darf mich da am Strand packen und die Sonne genießen. Naja, das kann ich auch immer in Gordon. Also... Da muss ich nicht extra an den Strand fahren. Also, keine Ahnung. Aber wie gesagt, was würdet ihr denn da machen? Also, wenn da kurz ein Hai neben euch auftaucht. Ja, klar. Auch so schnell wie möglich wahrscheinlich, äh, vom Strand weg, halt. Äh, also vom Strand weg, sei schon. Boah. Also halt, ihr wisst, was ich meine halt. Raus aus dem Wasser, ist klar, ne? Oder hat vielleicht jemand so, was du da schon mal erlebt, dass da ein Hai neben einen hergestellt ist? Also, mir würde definitiv das Herz erstmal richtig in die Hose rutschen, ne? Und ich wüsste dann auch sofort erstmal nicht, was mache ich? Der erste Instinkt des Menschen ist ja Panik. Los schreien und, ja, los strampeln und so. Das ist nicht eher das Verkehrte, da sofort los zu strampeln und so. Also, ich weiß ja nicht. Heckt da nicht, dass er dann den Instinkt des Heils hinterher zu jagen? Also, ne? Wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, also... Das ist ja dann doch ganz schön, also... Ganz schön hat sich dann da... Und da plötzlich so ein Hai neben einen schwimmt, ne? In eine Flosse und so. Und du denkst so... Oh fuck! Bitte lass es ein Deku sein! Aber die Flosse passt nicht dazu! Scheiße! Also, wie gesagt, ich wäre definitiv total panisch und wüsste echt nicht, was ich da machen würde. Also, vielleicht würde ich sogar noch... Würde ich sogar noch total... Ich weiß nicht in... Ach, wie nennt man das dann? So komplett in Starre verfallen. Also, ich weiß nicht. Wüsste da echt nicht, was ich machen würde. Weil heftig ist es ja schon, ne? Weil... Weil... Ah, okay! Okay! Ihr seht, ne? Die sind schon Stufe 20, also... Je länger wir das machen, ne? Umso höher werden die natürlich, ne? Ja, komm schon! Ja, komm schon! Allgemein ist ein Angriff eher auf menschliche Ignoranz als auf höchstwillige Absichten, das heißt zurückzuführen. Jawoll, jetzt holen wir einen Rand! Der Hoosier Hitzkopf! Fenrich Tyler Dixon! Ah! Fenrich Tyler Dixon! Ja, wo haben wir denn? Haben wir ihn doch nicht erwischt? Wir haben ihn erwischt! Wir haben ihn erwischt! Ist das Vertrauen von Touristen und Einheimischen verschwindend gering? Man muss drei Stunden trainieren und acht Dollar bezahlen, um ein offizieller Haifischjäger zu werden. Aber nur wenige Leute interessieren sich für die Formalitäten. Hey! Hunters! Ja! 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 Da! Schaut gerade durch! Ich muss euch leider fressen. Tut mir leid. Wir haben es immer noch nicht geschafft. Uns fehlen immer noch zwei Leute. Müssen wir noch mal zurück? Müssen wir mal mindestens zwei Stück fressen? Großer Hai-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin. Jetzt hab ich ihn irgendwann wieder. Es war der einzige bekannte Lebensraum des gefleckten Küstensperlings. Aber wie ihr wisst, sind sie 2007 ausgestorben. Okay. Müssen wir noch einmal rumschwimmen? Ach stimmt, wir haben ja was Neues gekriegt, ne? Mensch Leute, das hab ich total verpeilt. Genau, Fettverdauung. Die Evolution erhöht die Menge an Fett und Gesundheit, die du beim Fressen erhältst. Passiv 10% Fett, 10% Gesundheit durch Futter. Also, ja. Das verbessert natürlich das Farm an Fett. Oh geil, wir hätten sogar dieses Herzlich zusammen. Oh geil, wir haben das sogar echt schon zusammen. Ich hätte es jetzt echt nicht gedacht, ne? Ging's doch schneller, als ich dachte. Boah, scheiß Melko. Boah. Ich bin schon wieder in der Stufe erreicht, ey. Nur hier kann der Hai das Wunder der Selbstliebe erfahren. Ja, doch richtige Tochter. Ah, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen was zusammenhauen. Schade. So, jetzt haben wir bioelektrische Flossen noch gekriegt. Alter, wie viel wir einfach haben von den Proteinen. Heftig. Wir können es bis auf ein Maximum schon verbessern. Heftig. Doppel heftig. Oh ja. Jetzt haben wir den Knochenkörper. Körperevolutionen haben eine Spezialfähigkeit. Lade diese Fähigkeit auf, indem du Beute frisst. Jede einzigartige Fähigkeit hält nach dem Einsetzen nur eine kurze Zeit an. Ja. Genau, ihr seht da Knochenbrecher. Knochenbrecher verwandelt dich in eine knöchernde Ramme, wodurch du Boote wie Glas zertrümmern kannst. Wenn aktiv, plus 4 Schadensreduzierung, plus 40% Rammschaden, plus 10% Schadenswiderstand. Beim Spurt verursacht im Umkreis von 2 Meter 45 Schaden. 10% Sportgeschwindigkeit. 10% 10% Maxgeschwindigkeit. 10% Beschleunigungsbonus. 20% Rammkraftbonus. Chance, die Besatzung durch Rammen vom Boot zu werfen. 20%. 10% Schwimmgeschwindigkeit. Aber da wir ja noch einen ganzen Batzen farmen müssen, bleibe ich erstmal bei dem Körper. Weil, wie gesagt, ihr seht, wir sind hier noch nicht fertig. Und das erhöht halt diese prozentuale Farmen. Diesen Körper... Also... Diesen Körper, Tiger Körper, gibt es nur durch einen Kot. Nochmal, es gibt den bloß durch einen Kot. Also den habe ich bloß durch einen Kot erhalten, der in der Box halt mit dabei war. Der war in der Box mit enthalten. Im Spiel. Damals mal so, ich habe es mir mehr oder weniger als mein Freund geliehen. Und, ähm... Durch ihn bin ich halt an den Vorteil halt rangekommen, ne? Also durch einen Kot in der... Im Spiel. Der Kot war wohl damals in der Sinne. So wie ich von ihm gehört habe. Ob es natürlich... In den 120er Jahren konnte man Schildkrütensuppe in der Dose kaufen. Natürlich bestand damals eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man an Tuberkulose stirbt. Deshalb war es ein Kompromiss. Ah, ja. Naja. Naja. Nur wenn ihr halt fragt, ne? Woher ich das Outfit habe. Ob es das im Playstation Store zu kaufen gibt, das habe ich leider nicht im Kopf. Das weiß ich nicht. Da müsste ich mal bis zur nächsten Folge vielleicht mal schauen. Ähm... Hier sollen Besucher sein. Auf der anderen Seite. Wie schwimmt man jetzt im Blutzen lang? Da bin ich geschwommen, 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 geschwommen. Hab mit euch erzählt, erzählt, erzählt. Aber total verpeilt, dass ich ja da... die Seite muss. Fajan... slope auch. Die Seite muss man hier parenth cakes. Oh, hier gibt es aber viele Schuldtoten. In dieser Welt, in der das Motto Fressen oder Gefressen werden gilt, gibt es wenig Platz für Fehler oder Sentimentalität. Einfach mal einen machen, der hat mich gesnackt. Dinn, 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 dinn. Oh! Sicher, es wäre praktischer, einfach die Strände zu schließen. Aber warum sollte man das tun, wenn man einfach eine Tuppe bewaffneter Einheimische auf Amphetamin losschicken kann? Au. Au. Ganz schön nervig! Oh, ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder rum. Ich würde dann sagen, dann treffen wir uns an... Die Jagd ist vorbei und bei Flamingo Joes wird es zweifelsohne in der Kasse klingeln. Dann würde ich sagen, treffen wir uns das nächste Mal bei Prosperity Sun. Also kurz vor der Grenze, würde ich dann sagen. Dann treffen wir uns da an der Stelle wieder. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und sage bis zum nächsten Mal bei Maneater. Und dann geht es hier weiter. Oh, da ist noch eine Kiste. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin sage ich, ciao, ciao und bis dann!